Überfüllte Züge, Passagiere müssen trotz Ticket aussteigen. Volle Züge und Passagiere, die nicht einsteigen dürfen. So und so ähnliche Schlagzeilen gab es in den letzten Wochen und vor allem am letzten Wochenende vermehrt zu lesen. Und genau darüber sprechen wir heute mit unserem FPÖ-Verkehrssprecher Christian Hafenecker. Lieber Christian, 1, 2, 3 Klimaticket, Klimahistory und horrende Spritpreise. Die Regierung versucht offenbar alles, um die Menschen weg vom bösen Auto hin in Richtung Bahn und Bus zu bringen. Aber wenn man sich das jetzt alles anschaut, dann ist dieses Klimaticket eine reine Augenauswischerei, oder? Ja, ich würde sagen, 1, 2, 3 vorbei. Das ist ein Spruch, den wir noch von einer Kindersendung kennen. Und genauso mit diesem kindlichen Ansatz geht auch die Ministerin in alle Projekte hinein, die sie macht. Also sie macht ein Klimaticket, wo bis heute niemand weiß, wer es eigentlich genau finanziert. Die Verträge mit den Ländern sind bis heute nicht verhandelt. Und das muss man zum einen sehen. Und zum anderen macht man zwar überhaupt nichts dagegen, dass der Sprit und generell die Energiepreise teurer werden und möchte die Menschen eben auf die Bahn und in die öffentlichen Verkehrsmittel drängen. Behirnt dabei aber nicht, dass man vielleicht auch die nötigen Zuggarnituren dazu braucht und die Infrastruktur. Im Gegenteil, sind sogar Fernverkehrsgarnituren noch verkauft worden, erst vor kurzem von den ÖBB. Also das heißt, hier sieht man ein bisschen die Textbildschere. Auf der einen Seite möchte man die Leute in die öffentlichen Verkehrsmittel zwingen. Auf der anderen Seite ist nichts da. Und das führt dann dazu, dass wir solche Dinge erleben müssen, wie zuletzt zu Pfingsten, wo Züge geräumt werden, wo Menschen, die eigentlich schon ein Ticket bestellt hatten und bezahlt hatten, dann aus dem Zug wieder geworfen werden und dann Stunden später erst weiterfahren können. Also alles in allem kein zufriedenstellender Zustand. Und eines noch, wenn ich halt das ÖBB-Tickets verkaufe und weiß, dass ich diesem Vertrag, der abgeschlossen worden ist, sprich von A nach B zu kommen, nicht einhalten kann, dann ist ja das schon fast Betrug. Und dafür ist die Ministerin natürlich verantwortlich. Ist dieses Klimaticket vielleicht nur deswegen jetzt gekommen, damit die Grünen in der Regierung halt irgendwas haben, was sie ihren Wählern sozusagen als positiv verkaufen können, ohne dass man sich da wirklich Gedanken darüber gemacht hat, ob das in der Realität dann auch wirklich umsetzbar ist? Ich glaube, dass auch die Grünen nicht genau wissen, wie lange sie noch in der Regierung sind und deswegen handeln sie sich von Erfolg zu Erfolg, aus ihrer Sicht von Erfolg zu Erfolg. Deswegen gibt es immer diese ganzen Husch-Pfusch-Maßnahmen aus Sicht der Grünen. Eins, zwei, drei Ticket, also eigentlich nicht wirklich fertig, auch nicht wirklich umsetzbar. Hat man mal jetzt für den Moment, falls plötzlich eine Wahl käme. Der nächste Punkt ist dann die CO2-Steuer wiederum, um die eigene Klientel zu befriedigen. Das stellt man mal in den Raum, dass man sich zum nächstmöglichen Wahltermin handeln kann. Dazwischen machen wir noch ein Radfahrer-Paket, das vollkommen irrsinnig ist und in Wahrheit eher für mehr Unfälle sorgen wird als für weniger. Auch wiederum für die eigene Klientel. Und das ist das, wie die Grünen halt Politik machen. Überhaupt nicht irgendwie im Sinne dessen, dass das auch am Ende des Tages etwas Sinnvolles sein soll, sondern man sucht immer den kleinen politischen Erfolg, aber in der Gesamtschau natürlich alles unglaublich schlecht gemacht. Gerade wenn wir uns jetzt die Entwicklungen der letzten Wochen ansehen, sollte dann die Regierung jetzt nicht merken, selbst wenn Menschen auf das Auto verzichten möchten, es geht in vielen Fällen gar nicht, sollte man jetzt nicht davon abkommen, die Autofahrer als die bösen Umweltverschmutzung zu bezeichnen und zu verteufeln und vielleicht auch noch mit diesen horrenden Spritpreisen zu dransalieren und endlich auch etwas für die Autofahrer mal zu machen? Das fordern wir schon lange und ich möchte einen Blick über die Grenzen nach Ungarn werfen. Also Viktor Orban hat das bereits im Februar, März erkannt, dass die Autofahrer diesen Qualen nicht weiter ausgesetzt werden dürfen, dass vor allem auch die Wirtschaft darunter leidet und am Ende auch der Konsument und Endverbraucher, denn es werden ja auch alle Produkte teurer durch diese Spritpreise. Und in Ungarn ist man hergegangen und hat einmal den Spritpreis gedeckelt. Jetzt kommt zwar der Aufschrei von der Europäischen Union, dass das also gegen das Gemeinschaftsrecht wäre, aber was ist zur gleichen Zeit bei uns passiert, die mittlerweile als Ministerin verglichene Frau Köstinger hat damals wortreich versucht zu erklären, warum man das nicht machen kann und hat dabei vergessen eines zu sagen. Und zwar, solange die Spritpreise so hoch sind, sind natürlich auch die Einnahmen durch Mineralölsteuer und Mehrwertsteuer entsprechend hoch. Das heißt, der Finanzminister stopft sich tagtäglich die Taschen voll und ich glaube, das ist auch ein Zustand, den die Regierung gerne aufrechterhalten möchte. Also man wird den Autofahrer weitermelden und man wird vielleicht versuchen, die eine oder andere sinnlose Ausgabe aus der Corona-Krise hier sozusagen über den Autofahrer quer zu finanzieren. Am Ende sieht man aber eines, Lösungskompetenz null und genau deswegen wäre es dringend wichtig, diese Regierung einmal mit den nasen Fetzen aus ihren Ämtern zu jagen. Lieber Christian Hafenecker, herzlichen Dank für das Gespräch. Danke. Vielen Dank.